In ihrer aktuellen Story spricht die frisch gebackene Mama Klartext zu ihren Fans. Sie habe Probleme, mit allen Aufgaben am Tag klarzukommen. Ich habe gar nichts mehr im Griff, erklärt die überforderte 30-Jährige. Wenn ihr wüsstet, wie es hier aussieht, fährt sie fort. Jeden Moment würde ihr kleines Bärchen aufwachen und dann ginge es wieder von vorne los. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich den Haushalt und mich fertig machen können, dann hätte ich einen ganz entspannten Tag gehabt, reflektiert die Katzenberger Schwester. Nach eigenen Aussagen habe die 30-Jährige stattdessen auf der Couch gesessen, zwei Latte getrunken und Instagram-Stories angesehen. Jenny gibt zu, ihr merkt, ich habe noch keinen roten Faden. Aber ist ja auch egal. Hauptsache mein Baby ist frisch gewaschen und schön angezogen, fährt sie lächelnd fort. Jenny hadert aber auch mit sich selbst. Denn sie habe sich immer geschworen, wenn sie Mama ist, würde sie sich nicht gehen lassen. Ja schön, hab nicht mal die Haare gekämmt heute, gesteht die junge Mutter. Und mein Outfit ist auch klasse, witzelt sie ironisch, als sie ihren Jogginganzug zeigt. Ein paar Instagram-Stories weiter liegt die 30-Jährige immer noch mit Baby auf dem Sofa. Dazu schreibt sie, wir kuscheln immer noch, Haushalt kann warten. Tschüss, ich komme hin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020